Durch die starken Regenereignisse in den letzten Tagen ist eine Stahlplatte, die zum Überfahren der Baugrube hingelegt wurde, wurde unterspült und die Platte ist abgesagt, sodass kein Verkehr mehr drüber laufen konnte. Dadurch muss man jetzt die Stahlplatten entfernen und die Baugrube wird jetzt verfüllt, komplett und fertig gemacht. Wann ist die Straße dann wieder befahrbar? Voraussichtlich morgen im Laufe des Tages. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020